Team Deathmatch Okay Leute, ein wunderschönes Moment, hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Black Ops 2 mit Anderman Hallo Wie gesagt, Ryzex ohne euch da, wir haben jetzt irgendwie, keine Ahnung, schon seit über einer Stunde auf ihn gewartet und Der kommt einfach nicht mehr wieder, der kommt einfach nicht Er ist zu sagen und dann nicht mehr kommen, joa, ich komm mal Das ist nicht auf Fäben, Alter Natürlich 5 gegen Vidi ist doch jetzt dein Lieblingsspiel Eigentlich, das Problem ist halt Eigentlich wollten wir ja Minecraft noch aufnehmen, aber wenn er nachher auch nicht da ist um 16 Uhr, dann können wir auch kein Minecraft aufnehmen Das ist halt das Problem gerade an dieser Oh, Leute, haben ihn getroffen Das ist das Problem, was mich gerade so ein bisschen triggert, weil er, wie gesagt, wenn er nicht da ist, dann können wir auch kein Minecraft aufnehmen nachher Und er hat ja eigentlich zugesagt, dass er ja Zeit hat und da ist Und das wäre schon scheiße, wenn er nicht da ist, weil, wie gesagt, bei Minecraft PvP ist er halt der Typ mit den Karten Ich habe keine Karten, die hat nur er Ah ja, genau Weil er hat die ja alle so ein bisschen gemoddet Deswegen, äh, ist er ja auch der Host Oh Alter, wir haben ein Brett gegeben Da hat er mir ein richtig schönes Brett gegeben Na ja Ah, der hat einen Scaf Tschüss Du hast auch einen Es hat gerade gelegt Hä? Alter, das ist C4, ne? Alter, ich waste das C4, nämlich dass ich immer so scheiße schmeiße Jo Wie viel ist geil? Ach, alles klar Oh, 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 von innen Alter Ich drehe mich in die eine Richtung, kommen die von der anderen Kugeln Lol, getroffen Nice Ho! Der, der springt mir einfach vor die Flinte Nice Nice der Dude auf jeden Fall Nice der Dude Warum rennen die gerade alle meine Kugeln? Okay, da bin ich gerade in deren Kugeln gerannt Ich habe gar nichts gesagt Gar nichts Schafschütze erledigt Vorrückend Schafschütze erledigt Vorrückend Schafschütze Okay, ich dachte der Ich dachte der ist noch ein Lecker Oh mein Gott von hinten Komm jetzt von hinten Pass auf Schafschütze Diese Sniper Alter Typen Ich weiß Nice Oh mein Gott Wir haben die Führung übernommen Oh hey Ich hab, also ich muss ganz ehrlich sagen Ich hab ganz schön viele Leute gerade getötet Und die mich durch die Wand geschossen habe Lol getötet Warten Warten Wacht da immer noch der Pisser Geht immer der ist weg Wir verlieren diesen Kampf Schalterung Schalterung Wir haben die Kontrolle übernommen Wir haben die Kontrolle übernommen Schafschütze Okay ist dort Jetzt kommt die von innen Oh mein alter Oh Alter Oh Von hinten von hinten von hinten von hinten von hinten Verbündete Drohnen nähert sich Oh mein Gott Warum spawnte der Ich bin doch gerade erst dort gespawnt Wo kam der her? Da bin gehört Alter wieviel schluck denn dieser Amerikaner Scheiß Pisser Dieser Snoopy 12 Oder wie auch immer der heißt Alter übelster Camper Der ist hier gerade nur in diesem einen Scheiß Raum rumgeraden mit seiner Schrufflinne Ho Hey wir haben eine Drohne Oh shit der ist über mir Von mir natürlich Achso achso der rennt unten lang Ich wollte gerade sagen wo ist denn der die ganze Zeit Was zum Teufel man Wird es cool dass eine Drohne auch gegen der Zeit die unter der Erde sind Auf die Beine Oder sagen wir mal gut Erde kannst du ja nicht sagen Okay ich dachte der Typ kommt hier reingerannt Vielleicht Alter Ich weiß nicht die schlucken so viel Alter im gerade war oben ein Typ der hat ein Schild vor sich platziert Und sich dann dahinter versteckt mit der MP Und die haben ihn abgeschossen der oben hingekommen ist Die hab ich einfach von einer Seite des Bootes abgeschossen Vorsicht da kommen welche Nice Die schlucken so viel ich weiß nicht Ja Na na man du bist auch so ein Schlucker oder nicht Alter geile Tarnung Jo danke Bist ne DRC Tarnung nicht wahr Jo Die sieht echt geil aus Die sieht echt geil aus Auf jeden Fall würde ich sagen wir werden hier die Folge Wir sehen uns bei den nächsten Bis dann noch dran auf Wiedersehen Tschüss Tschüss Gäste Gäste Var